Herzlich willkommen im Bucerius-Kunstforum zu unserer Ausstellung Die neuen Bilder des Augustus. Macht und Medien im antiken Rom. Augustus markiert einen Wendepunkt in der römischen Geschichte. Als erster Kaiser, er regierte von 27 v. Chr. bis zu seinem Tod im Jahr 14 n. Chr., besaß er immense Macht. Es gelang ihm als Alleinherrscher, Ruhe und Frieden über das Reich zu bringen und das, nachdem die ausgehende Republik zuvor über Jahrzehnte von Bürgerkriegen geprägt gewesen war. Mit Augustus, so schrieb schon der römische Dichter Vergil, kam ein goldenes Zeitalter über das römische Reich. Der Übergang von der Republik zum Prinzipat, der Herrschaftsstruktur im Kaiserreich, war von umfassenden Veränderungen begleitet. Und diese Transformation brachte auch nachhaltige Konsequenzen für die Bilderwelt dieser Zeit mit sich. Bilder und Bildnisse wurden allgegenwärtig. Und je nach Umgebung und Art der Präsentation hatten sie unterschiedliche Bedeutung. Mal wurden sie für politische Propaganda eingesetzt, mal erzeugten sie ein bestimmtes Ambiente im privaten Wohnhaus. In der frühen Kaiserzeit zeigte sich eine vollkommen neuartige Lust am Bild in allen Gattungen. Ob Bauplastik, Skulptur, Wandmalerei oder Alltagsgegenstände, das römische Reich erlebte einen regelrechten Bilderboom. Und zwar mit Werken in herausragender Qualität. Unsere Ausstellung befasst sich mit diesem Phänomen. Im Fokus stehen die Neuerungen in der Bildsprache, den Medien und Materialien, sowie in der Medienpolitik. Fast zehn Jahre nach den letzten großen Augustus-Ausstellungen in Rom und Paris sehen sie im Bucerius-Kunstforum eine einzigartige Zusammenstellung künstlerischer Zeugnisse dieser Epoche. Die Auswahl der Werke konzentriert sich dabei vor allem auf Rom und Mittelitalien, wo das Phänomen dieser Bilderflut am deutlichsten greifbar wird. Sie sehen rund 200 Exponate aus den großen, antiken Museen Europas, von der kleinen Münze bis zur monumentalen Statur. Die Audioführung wurde erstellt von Daria Dittmeier-Hössel. Sie basiert auf den Texten des Ausstellungskatalogs, den Sie an der Kasse oder im Museumsshop erwerben können. Die Redaktion und Produktion dieser Audioführung lag in den Händen von Katrin Reiling und den Klangkosmonauten. Als Sprecherin und Sprecher hören Sie Mariana Linden und Andreas Erfurt. Um bei Ihrem Besuch vor Ort den vollen Funktionsumfang der Audiotour nutzen zu können, stellen Sie bitte sicher, dass auf Ihrem Gerät die Standortfreigabe aktiviert ist. Bitte loggen Sie sich in das WLAN bkf-gast ein. Im Laufe der Tour werden einige Werke namentlich erwähnt, die für das Verständnis der Ausstellung von Bedeutung sind. Sie finden diese in der Regel als Abbildung in unserer App. Wenn Sie den jeweiligen Tourstop gewählt haben, brauchen Sie nur mit dem Finger auf dem Display Ihres Gerätes zur Seite zu wischen und die Vergleichsabbildungen erscheinen. Und nun viel Spaß bei Das hier ausgestellte Bildnis zeigt den Staatsmann, Feldherrn und Autor Gaius Julius Cäsar. Cäsar war zudem Augustus' Großonkel. In seinem Testament machte er ihn zu seinem Adoptivsohn und Alleinerben. Augustus hieß ursprünglich Gaius Octavius. Später wurde er meist Octavianus genannt. Erst als Kaiser bekam er den Ehrennamen Augustus, der Erhabene. In der Zeit zwischen 88 und 31 v. Chr. war die römische Republik von Bürgerkriegen geprägt. Insbesondere drei Feldherrn, Gnaeus Pompeius Magnus, Marcus Licinius Crassus und Gaius Julius Cäsar, rangen in Rom um die Macht. Im ersten Kapitel der Ausstellung sehen Sie Porträts der drei. Im Jahr 60 v. Chr. schlossen sie ein inoffizielles Bündnis. Dieses wurde später als erstes Triumphirat bezeichnet. Mit militärischer Macht setzten die drei Verbündeten hinter dem Rücken des Senats politische Entscheidungen durch. Schließlich gelang es Cäsar im Jahr 46 v. Chr. vom Senat zum Diktator auf zehn Jahre ernannt zu werden. Wenig später sogar auf Lebenszeit. Nur einen Monat nach dieser Ernennung, am 15. März 44 v. Chr. wurde Cäsar von einer Gruppe von Senatoren während einer Senatssitzung durch zahlreiche Dolchstöße ermordet. Grund dafür war die Befürchtung, er wolle König werden, obwohl er kurz zuvor das Königsdiadem zurückgewiesen hatte. Der Politiker und Philosoph Cicero, politischer Gegner Cäsars, jedoch an der Ermordung nicht beteiligt, war Zeuge der Tat und schrieb über die Ermordung an einen Freund Wenn es erlaubt ist, freue ich mich über die Wiedergewinnung der Freiheit. Wenn nicht, was hat mir dieser Wechsel des Herrn gebracht, außer der Freude, als ich das gerechte Ende eines Tyrannen vor Augen hatte? Der hier ausgestellte Porträtkopf aus den Vatikanischen Museen entstand einige Jahre nach Cäsars Tod, etwa 30 bis 20 v. Chr. Eine idealisierte Darstellung des Diktators. Sie erneuerte die erste Porträtfassung, die in einem Bildnis aus Turin überliefert ist. Diese entstand wohl noch zu Cäsars Lebzeiten. Sehen Sie hierzu die Vergleichsabbildung. Beide Köpfe weisen deutliche Falten an der Stirn und zwischen den Augen auf. Der überlenkte Hals mit dem hervortretenden Adamsapfel des Turiner-Beispiels fehlt bei dem ausgestellten Kopf. Er zeigt Cäsar mit vollerem Haar, harmonisch gerundetem Schädel und gesenktem Blick. Die Darstellung wirkt weniger dynamisch und ist als nicht so realistisch einzustufen. 42 v. Chr. wurde Cäsar vom Senat zum Staatsgott erhoben, zum Divus Julius. Und das hier ausgestellte Bildnis präsentiert diesen göttlichen Herrscher. Und nicht den siegreichen Feldherrn der Bürgerkriege. Dieser Porträtkopf des Octavian, später Kaiser Augustus, wurde erst im Jahr 2020 an der Via Alessandrina in unmittelbarer Nähe zum Trajansforum gefunden, dem letzten, größten und besterhaltenen Kaiserforum in Rom. In unserer Ausstellung ist der Kopf zum ersten Mal außerhalb Italiens zu sehen. Sein schlechter Erhaltungszustand weist darauf hin, dass er ursprünglich im Freien aufgestellt gewesen sein könnte. Es handelt sich um einen Einsatzkopf einer Panzer- oder Toga-Statue. Das Bildnis gehört zur ersten Gruppe von Porträts, die um das Jahr 43 v. Chr. entstanden. In dieser Zeit betrat der gerade mal 19-jährige Octavian als Alleinerbe Cäsars nach dessen Tod die politische Bühne. Gemeinsam mit Markus Antonius und Markus Emilius Lepidus bildete er im ersten Jahr nach Cäsars Ermordung das sogenannte zweite Triumvirat. Dieses Dreierbündnis sollte das politische Erbe Cäsars sichern. Die ganz unterschiedlichen Bildnisfassungen Octavians aus dieser Zeit zeigen, wie um das richtige Image des neuen Pleas gerungen wurde. Die frühesten Porträts des späteren Kaisers zeigen ihn jugendlich und faltenlos. Sie sehen in der Ausstellung zwei Beispiele hierfür. Aus den Museen in Toulouse und Spoleto mit den Nummern 10 und 11. Allerdings zeigte sich bald, dass Octavian seine Jugendlichkeit auch als Nachteil ausgelegt werden konnte. Markus Antonius, Verbündeter im Triumvirat und zugleich schärfster Konkurrent um die Nachfolge Cäsars, verspottete ihn als Puer, als Knaben. Die demonstrative Jugendlichkeit der frühesten Porträts wurde daher bald zurückgenommen. Octavian wirkt in diesem Beispiel älter. Mit seinem angespannten Gesichtsausdruck, den Falten zwischen den Augenbrauen sowie auf der Stirn und dem leicht zur Seite gewandten Kopf erscheint er als entschlossener Anführer voller Energie. Passend dazu nahm Octavian in den ersten Jahren nach Cäsars Tod den Namen Imperator, eigentlich ein militärischer Titel, als seinen Vornamen an. Allein die verschiedenen Namen und Titel, die Augustus im Laufe seines Lebens führte, zeigen, wie wichtig es für ihn war, ein bestimmtes Image von sich nach außen zu tragen. Geboren wurde Augustus als Gaius Octavius Gaii Filius. Nach der Ermordung seines Großonkels Cäsar nahm er den Namen Gaius Julius Cäsar an. Nach weiteren Änderungen, die vor allem darauf verweisen sollten, dass er in direkter Nachfolge Cäsars stand, erhielt er 27 v. Chr. den individuellen Beinamen Augustus, der Erhabene. Sein vollständiger Name lautete von nun an Imperator Cäsar Divi Filius Augustus. Vor Octavian bzw. Augustus gab es nur wenige Persönlichkeiten in der Römischen Republik, von denen mehr als ein Porträt angefertigt wurde, darunter etwa Cäsar oder Cicero. Aber auch in diesen Fällen handelt es sich jeweils nur um eine Handvoll Bildnisse. Von Octavian und vom späteren Kaiser Augustus hingegen sind noch heute mehrere hundert Porträts erhalten. Ursprünglich durften es mehrere zehntausend gewesen sein. Zu seinen Lebzeiten entstand eine wahrhafte Kupistenindustrie. Die Kunsthandwerker bildeten Werke nach und ermöglichten eine enorme Verbreitung und Allgegenwärtigkeit der Porträts in Rom und in den Provinzen des gesamten Römischen Reiches. Voraussetzung dafür war das Vorhandensein von ausreichend Material. Kurz zuvor waren in Luni in der Nähe von Carrara große Marmorvorkommen entschlossen worden. Das kostbare Material musste somit nicht mehr aus Griechenland importiert werden. Zusätzlich entstanden Bildnisse aus Bronze und anderen Materialien. Der Kopf des Prinzeps, so die Bezeichnung für den wichtigsten Bürger im Staat, stand in der Regel nicht allein. Augustus häufig verändertes Porträt wurde meist auf einem Statuenkörper gezeigt, mit einer Basis und mit Inschrift. Auf diese Weise konnte der Kaiser mal als Bürger in der Toga, mal als Feldherr, als Reiter oder gar im Habitus eines Gottes präsentiert werden. Jedes kaiserliche Statuenmonument war ein Unikat, dessen Bedeutung und Wirkung sich aus der Art der Darstellung, der Inschrift sowie dem zeitlichen und räumlichen Kontext ergab. 1750 wurde der Torso, der hier ausgestellten Statue, vor den Säulen der Bühnenrückwand des Theaters von Arles gefunden. 1834 kamen der Bruch an Bruch anpassende Kopf sowie der aus Kalkstein gearbeitete, vom Mantel bedeckte Unterkörper zutage. Der Mantel besteht aus vielen zusammengesetzten Einzelteilen und ist entsprechend empfindlich. Deshalb zeigen wir hier nur den besser erhaltenen Oberkörper und den Kopf, beides aus Marmor. Der kräftige und muskulöse Marmorkörper ist mit dem nachträglich eingesetzten Porträtkopf des Augustus im sogenannten Prima Porta Typus verbunden. Dieser Porträttypus entstand, nachdem Augustus im Jahr 27 v. Chr. die Alleinherrschaft erlangt hatte. Er wurde über den Tod des Augustus hinaus zum Haupttypus. Sie sehen einen Gipsabguss mit rekonstruierter Farbfassung der namensgebenden Statue aus den Vatikanischen Museen in unserer Ausstellung sowie hier in der Vergleichsabbildung. Entsprechend dem Prima Porta Typus treten bei dem Kopf individuelle Züge und Altersmerkmale zurück, um ein zeitloses, idealisiertes Bildnis des Kaisers zu schaffen. Wie aber wurde aus Octavian der erste römische Kaiser, Kaiser Augustus. Nachdem Octavian und Marcus Antonius ihre Gegner beseitigt hatten, kam es ab 32 v. Chr. zum Kampf der beiden Konkurrenten um die Alleinherrschaft, dem Ptolemäischen Krieg. Im Jahr darauf besiegte Octavian Marcus Antonius und die ägyptische Königin Kleopatra in der Seeschlacht von Actium. Beide begingen in der Folge Selbstmord. 30 v. Chr. nahm Octavian Alexandria ein. Die Zeit der römischen Bürgerkriege, die mehr als 100 Jahre gedauert hatte, war beendet. Und Octavian versuchte, eine friedliche innere Ordnung im Reich herzustellen, wobei er sich geschickter anstellte als zuvor Cäsar. Octavian schaltete den Senat nicht aus, sondern unterwarf sich ihm symbolisch. 27 v. Chr. legte er zunächst alle Macht in die Hände des Senats und des Volkes. Die Republik war somit dem Anschein nach wiederhergestellt. Diesem strategischen Zug verdankte er übrigens seinen Ehrentitel Augustus, der Erhabene. In den Res Geste, seinem Tatenbericht, schrieb Augustus rückblickend, Für dieses mein Verdienst habe ich durch Senatsbeschluss den Ehrennamen Augustus erhalten und die Türpfosten meines Hauses wurden von Staatswegen mit Lorbeer umkleidet. Eine Bürgerkrone wurde über meiner Haustür angebracht und ein goldener Schild in der Curia Julia aufgestellt, den mir, wie durch die Inschrift des Schildes bezeugt ist, Senat und Volk wegen meiner Tapferkeit, Milde, Gerechtigkeit und frommen Pflichttreue widmeten. Seit dieser Zeit überragte ich alle an Ansehen. An Amtsgewalt aber besaß ich nicht mehr als diejenigen, die meine Kollegen in den jeweiligen Ämtern waren. Kurze Zeit danach stattete der Senat Augustus mit der Amtsvollmacht eines Prokonsuls aus. Augustus erhielt die militärische Befehlsgewalt über die Provinzen an den Grenzen des Reiches. Seine Macht war damit faktisch wiederhergestellt und sein Plan aufgegangen. Porträtstatuen und Büsten von Augustus im öffentlichen Raum sorgten für die Allgegenwärtigkeit des Kaisers. Er war überall sichtbar und durch die vielfache Porträtprägung auf Münzen auch jederzeit greifbar, und zwar für alle. Exklusiver verhielt es sich mit Luxusmedien wie Kameen. Hier war das Bild des Kaisers in augustäischer Zeit einer kleinen Minderheit vorbehalten, der kaiserlichen Elite. Als Prunkobjekte wurden sie wohl im geschlossenen Kreis bei festlichen Anlässen präsentiert. Kameen bestehen zumeist aus Edelsteinen oder Halbedelsteinen. Das Bildmotiv wird aus dem Stein herausgeschnitten und erscheint im erhabenen Relief. Im Gegensatz dazu ist das Motiv bei Gemmen vertieft, also in Negativform in den Stein geschnitten. Besonders geeignet für die Technik der Kamee ist der Sardonyx. Der Stein besitzt mehrere Farbschichten, sodass das Motiv in Weiß effektvoll mit dem dunkleren Hintergrund kontrastiert. Gerade bei diesen Objekten, die den Eliten vorbehalten waren, experimentierte man offenbar gerne mit Bildentwürfen, die Augustus mit einer Aura des Göttlichen umgaben. In der Großplastik, also bei Statuen, beginnt die vergöttlichte Wiedergabe seiner Person erst in der Zeit nach seinem Tod. Bei der hier gezeigten Kamee jedoch, sie entstand bereits in der frühen Kaiserzeit, wird Augustus zugleich als siegreicher Feldherr und als Gott dargestellt. In der Antike wurde das Tropäum oder griechisch Tropaion als Symbol nach einer Schlacht genau an der Stelle aufgestellt, an der der Feind besiegt wurde oder sich zurückzog. Hier besteht es aus einem Baumstamm mit Helm, Panzer, Beinschienen und Schild. Daneben sitzt ein gefesselter Barbar. Augustus wird so als siegreicher Feldherr gekennzeichnet. Die Statue der Livia Drusilla, der dritten Ehefrau des Augustus, war ursprünglich in einem Kaiserkultraum aufgestellt. Livia ist hier dementsprechend als Priesterin des Kaiserkultes dargestellt, mit Stola und Schuhen und in einen Mantel gehüllt, der über den Hinterkopf gezogen ist. Sowohl das verhüllte Haupt als auch die Orantenhaltung, die Körperhaltung beim Gebet mit erhobenen Armen, verweisen auf die Ausübung einer sakralen Handlung. Zur Priesterin des Kaiserkultes wurde Livia erst nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 14 nach Christus. Seinem Testament folgend wurde sie von ihm adoptiert. Ein ungewöhnlicher Akt, der es ermöglichte, dass die Witwe Mitglied der Gens Julia wurde. Die Gens Julia war eine der ältesten Patrizierfamilien im antiken Rom und mit höchsten Würden des Staates bedacht. Durch die Adoption erhielt Livia über ein Drittel von Augustus Nachlass und durfte den Titel Julia Augusta führen. Während ihrer Witwinschaft in den ersten Jahren der Herrschaft ihres Sohnes Tiberius verkörperte Livia eine Doppelrolle. Sie war Priesterin des Kaiserkultes für ihren verstorbenen Ehemann und sie verlieh ihrem Sohn Tiberius die nötige Autorität als Augustus Nachfolger. Denn Tiberius war nur Augustus Stiefsohn, aber durch ihre Zugehörigkeit zur Gens Julia galt er als würdiger Erbe der Herrschaft. Die zentrale Rolle, die Livia nach Augustus Tod spielte, war zu Beginn der Beziehung nicht unbedingt zu erwarten. Die Heirat von Octavian und Livia Drusilla im Jahr 38 v. Chr. führte in ihrem Umfeld nicht gerade zu Begeisterung. Livias Vater war 43 v. Chr. von den Triumphieren, also auch von Octavian geächtet und quasi für vogelfrei erklärt worden, worauf er zu den Cäsarmördern nach Griechenland floh. Nach der Niederlage in der Schlacht von Philippi beging er Selbstmord. Kein ruhmreiches Ende. Livia selbst war noch mit Tiberius Claudius Nero verheiratet und erwartete das zweite Kind von ihm. Was also versprach sich Augustus von einer Verbindung mit ihr? Livia stammte aus der Gens Claudia, einem der ältesten Geschlechter des römischen Adels. Durch die Heirat kam Octavian mit der pro-republikanischen Aristokratie ins Reine, die ihm lange Zeit feindlich gegenübergestanden hatte. Doch auch wenn der Beginn der Beziehung politisch motiviert sein dürfte, die Ehe bestand ganze 52 Jahre, bis zu Augustus Tod. Wie das Bildnis des Kaisers wurde auch das Porträt seiner Gemahlin Livia sorgsam kuratiert. Ihr Image wurde an die Erfordernisse der Zeit und den spezifischen Kontext der Darstellung angepasst. Das erste Porträt entstand wenige Jahre nach der Hochzeit, 35 vor Christus, nachdem Livia mehrere Ehrungen erhalten hatte. Unter anderem wurde ihr die Sacrosanctitas verliehen, die Unverletzlichkeit, wie sie sonst nur einem Volkstribun oder seit Cäsar dem Herrscher zukam. Dadurch erhielt auch sie das Recht, mit Statuen geehrt zu werden. Die Angehörigen der lokalen Eliten spielten eine zentrale Rolle für die Stabilisierung des Prinzipats. Bürgerinnen und Bürger im ganzen Römischen Reich engagierten sich als Stifterinnen und Stifter und übernahmen politische Ämter. Sie stützten das von Augustus etablierte Herrschaftssystem in der Hoffnung, selbst in die römische Senatsaristokratie aufzusteigen. Ein Beispiel hierfür ist Markus Holconius Rufus, der in dieser überlebensgroßen Statue verkörpert wird. Er war im Pompeji der Zeitenwende ein erfolgreicher Unternehmer, Besitzer einer Tongrube samt Ziegelei und eines überregionalen Weinimperiums. Am Ende seines Lebens hatte er fünfmal das Amt des Duum Viren, des Bürgermeisters, innegehabt, sowie zahlreiche andere wichtige Ämter. Seine Statue wurde zu seinen Lebzeiten an der wichtigsten Kreuzung Pompejs bei den Stabianer Thermen aufgestellt, und zwar in Verbindung mit einem Ehrenbogen. Vom Kaiser selbst war ihm der Ehrentitel eines Militärtribuns verliehen worden. Ein tatsächliches militärisches Amt bekleidete er allerdings nie. Dennoch zeigt ihn die Statue mit einem Brustpanzer. Dieser ist mit zwei symmetrisch angeordneten Greifen, mit Rankenwerk und mit einem Gorgonenhaupt geschmückt. Der Statuenkörper ist eine Kopie nach dem Kultbild des Mars Ultor, des rächenden Mars im gleichnamigen Tempel. Diesen ließ Augustus auf dem Forum Romanum errichten. Eine Variante findet sich auch in der Ausstellung unter der Nummer 118. Anders als der Kriegsgott trägt Marcus Holconius Rufus die Calcae Patricii, die lederne Fußbekleidung der römischen Bürger, die den Dargestellten als Mitglied der sozialen Elite kennzeichnet. Ein ausgesprochen populäres und weitverbreitetes Bildmotiv der augustäischen Zeit war die Viktoria auf dem Globus. Viktoria in der griechischen Mythologie Nike war als Siegesgöttin schon seit langem ein beliebtes Bildmotiv. Doch Octavian stellte sie auf eine Kugel und verlieh ihr damit eine neue, auf das augustäische Zeitalter bezogene Relevanz. Das neue Bildmotiv geht auf das berühmte Standbild zurück, das Octavian, zum Dank für seinen Sieg nach seiner Rückkehr aus dem Osten 29 vor Christus, wohl bei der Weihung der Curia Julia aufstellte. Die vergoldete Bronzestatue hatte zuvor in Tarent gestanden, von wo Augustus sie mitgenommen hatte. In Rom wurde die Viktoria auf einer Weltkugel stehend gezeigt. Die Säule, auf der die berühmte Statue aufgestellt wurde, erhob sich auf dem Podium an der Stirnwand des Saales, dort, wo die Konsulen den Vorsitz des Gremiums ausübten. Dieser Stiftungsakt kann auf zwei gegensätzliche Arten gedeutet werden. Entweder als Machtdemonstration Octavians gegenüber dem Senat oder aber als Versuch, den Sieg bei Aktium zu einem Verdienst des römischen Senats und damit des ganzen römischen Volkes zu machen. Je nachdem, wo Viktoria aufgestellt wurde, änderte sich ihre Bedeutung. Politischen Zweck hatte sie ausschließlich an öffentlichen Orten. In privaten Räumen – Viktoria war auch hier als Motiv ausgesprochen beliebt – gehörte sie zu den vielen fliegenden Göttergestalten, die eine Atmosphäre der Heiterkeit und der Leichtigkeit verbreiten sollten. Die beiden ausgestellten Bronzefiguren stammen aus Pompeji aus einem privaten Haushalt. Wahrscheinlich gehörten sie ursprünglich zu Möbelstücken. Geflügelte und flatternde Gestalten kommen besonders häufig in den Wandmalereien von Pompeji und Herculaneum vor. Im sogenannten dritten und vierten Stil, das heißt aus der Zeit zwischen etwa 40 vor und 79 nach Christus. 79 nach Christus brach der Vesuv aus. Herculaneum wurde durch Lava und Schlamm vollkommen ausgelöscht und Pompeji unter einer meterhohen Ascheschicht begraben. Die ursprüngliche Herkunft der beiden Reliefs im Kunsthistorischen Museum Wien war lange Zeit unbekannt. Sie befanden sich seit dem 16. Jahrhundert in der Sammlung des Venezianers Giovanni Grimani, weswegen sie bis heute Grimani-Reliefs genannt werden. Erst seitdem das dritte Relief, das mit der Wildsau, 1965 bei Ausgrabungen in Palestrina, südöstlich von Rom, entdeckt wurde, herrschte Klarheit über ihren Entstehungsort. Die leicht nach innen gewölbten Reliefs aus der frühen Kaiserzeit zeigen ländliche Szenen und haben auf den ersten Blick vor allem dekorativen Charakter. Sie verweisen auf ein einfaches Leben, geprägt durch Frieden und Fruchtbarkeit. Die drei Szenen zeigen ein Mutterschaf, eine Löwin und eine Wildsau, die jeweils in idyllischer Landschaft ihre Jungen säugen. Die ursprüngliche Funktion der Reliefs ist umstritten. Plausibel ist ihre Deutung als Brunnenreliefs, da sie Bohrlöcher besitzen. Die Funktion als Verzierung eines Brunnenbeckens würde auch zu dem zentralen Motiv des Säugens der Jungtiere passen. Die Szenen zeigen in zwei Fällen Wildtiere und in der Darstellung der Schafe, mit Stall und Hund im Hintergrund, Haustiere. Hier hängt über dem Ast eines knorrigen Baumes zudem das Bündel eines Hirten. Aber auch in der Landschaft mit den Löwen finden sich menschliche Spuren. Oben rechts ist ein Bachus-Heiligtum mit einem Altar mit Früchten als Opfergaben darauf dargestellt. Zu sehen ist außerdem ein gelandengeschmücktes Maskenrelief, an dem als Attribute des Gottes eine brennende Fackel und ein mit Efeublättern bekrönter Türsaußstab lehnen. Lediglich das Relief mit den Wildschweinen entbehrt jeglicher Hinweise auf menschliche Anwesenheit. Münzen waren als Zahlungsmittel im ganzen Römischen Reich präsent. Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus hatten die führenden Familien Roms erkannt, dass Botschaften auf Münzgeld dazu beitragen konnten, ihr Ansehen zu erhöhen oder ihre persönlichen Interessen zu bewerben. Und bald nutzten auch siegreiche Feldherren diese Möglichkeit zur Selbstdarstellung. Münzprägungen mit Porträts waren zunächst noch selten. Das erste Porträt, das eines Feldherrn, entstand um 200 vor Christus. Nach vereinzelten weiteren Beispielen ließ auch Cäsar nach seiner Ernennung zum Diktator sein Porträt auf Münzen prägen. Ebenso Marcus Junius Brutus. Nach Cäsars Ermordung propagierte er mit einer Münze, er habe durch den Mord der Römischen Republik die Freiheit wiedergegeben. Und es war auch eine Münze, auf der das erste Porträt von Octavian in Umlauf gebracht wurde. Die visuelle Präsenz des zukünftigen Kaisers war enorm. Bildnisse gab es in etlichen Formen und Größen bis in die entlegenste Provinz. Und doch nahmen die Münzen bei diesem neuartigen Medienspektakel eine besondere Rolle ein. Sie passten zu der Schnelllebigkeit der Imagewechsel, denn aufgrund ihrer großen Auflagen trugen sie zur zügigen, reichsweiten Verbreitung des gerade aktuellen Kaiserporträts bei. Die frühen Münzprägungen mit dem Porträt Octavians dienten in erster Linie dem Ziel, seinen Anspruch auf die Nachfolge Cäsars zu untermauern und seine Akzeptanz im Volk zu erhöhen. Später gaben vor allem Siege und andere Verdienste Anlass zur Prägung neuer Münzen. Eine wichtige Funktion übernahmen dabei eingängige Symbole, wie etwa Lorbeerbäume als Sinnbild für Weisheit und Ruhm, sowie die Viktoria als Erinnerung an seine Siege. Auf der hier gezeigten Münze mit der Nummer 82 ist ein Kaprikornus zu sehen. Er wurde als Symbol in den Jahren 28 und 27 vor Christus eingeführt. Der Ziegenfisch, ein mythisches Wesen mit dem Oberkörper einer Ziege und einem Fischschwanz, verweist auf den Sieg über Ägypten im Jahr 30 vor Christus. Vorausgegangen waren der Seesieg in Aktium 31 und die Eroberung Alexandrias 30 vor Christus. Diese Siege zu Wasser und zu Lande ließen sich schlüssig mit dem Mischwesen aus einem Land und einem Meerestier verbinden. Es handelt sich bei dem Kaprikornus um das Sternzeichen des Augustus. Erst in moderner Zeit entwickelte sich der Ziegenfisch zum Steinbock. Zu Augustus überlieferte der römische Schriftsteller Sueton folgende Geschichte. Im Herbst 45 vor Christus suchte der 18-jährige Octavian zusammen mit seinem Freund Agrippa den Mathematiker und Astrologen Theogenes auf. Beide ließen sich die Zukunft vorhersagen. Agrippa kam zuerst dran und ihm wurden unglaubliche Dinge vorhergesagt. Octavian hatte weniger Vertrauen in seine Sternzeichen. Sueton schreibt, er habe hartnäckig seine Geburtsstunde verschwiegen, aus Furcht für nicht so erfolgreich befunden zu werden wie Agrippa. Theogenes konnte ihm schließlich die Angaben entlocken und seine Reaktion wird Augustus vollständig beruhigt haben, denn Theogenes fiel vor ihm auf die Knie. Sueton fasste zusammen, Für die Zukunft hatte Augustus so großes Vertrauen in sein Schicksal, dass er sein Sternbild allgemein bekannt machte und eine Silbermünze mit dem Sternbild des Capricornus, unter dem er geboren wurde, prägen ließ. Der Capricornus wurde von Augustus geschickt zu einem, mit seiner Person verbundenen Herrschaftszeichen inszeniert. Das eingängige Symbol ließ sich hervorragend auf Münzen einsetzen. In augustäischer Zeit war Rom eine einzige Baustelle. Der römische Geschichtsschreiber Sueton schrieb, dass Augustus sich zurecht rühmen konnte, er habe eine Stadt aus Ziegeln vorgefunden und eine Stadt aus Marmor hinterlassen. Repräsentative Gebäude, Plätze und Straßen wurden geschaffen. Auch die Infrastruktur für die Bevölkerung wurde wesentlich verbessert oder erneuert, zum Beispiel durch das Errichten öffentlicher Termen. Die politische Vereinnahmung der Bauaktivität manifestiert sich nicht zuletzt in den Münzprägungen. Durch sie wurden bedeutende Bauprojekte einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Abbildungen neu errichteter oder im Bau befindlicher Gebäude verbanden sich mit Inschriften, die auf die Tugenden des Kaisers verwiesen. So wurden Tempelbauten etwa mit der Tugend der Pietas, der Frömmigkeit, in Verbindung gebracht. In diesem Eifer, die Wirkmächtigkeit des Massenmediums münzevoll auszuschöpfen, kam es auch vor, dass Bauten schon lange vor ihrer Fertigstellung präsentiert wurden und die tatsächlichen Gebäude später völlig anders aussahen oder gar nicht erst entstanden. Die Darstellung eines Rundtempels auf Münzen des Kaisers Augustus aus dem Jahr 19 v. Chr. beispielsweise stiftete lange Zeit Verwirrung. Die Münze trägt den Schriftzug Martis Ultoris und stellt den Gott Mars Ultor im Tempel dar. Folglich muss es sich hierbei um das Heiligtum für Mars Ultor, den rächenden Kriegsgott, handeln. Der von Augustus schon 42 v. Chr. zum Dank für seinen Sieg gegen die Cäsar-Mörder versprochene Tempel wurde aber erst im Jahr 2 v. Chr. fertiggestellt. Auf den hier gezeigten Münzprägungen der Jahre 19 und 18 v. Chr. sehen Sie einen zierlichen Rundtempel, der mit dem schließlich gebauten rechteckigen Monumentaltempel auf dem Augustusforum wenig gemein hat. Entweder stellen die Münzprägungen einen heute nicht mehr erhaltenen provisorischen Vorgängerbau dar oder sie zeigen das Bauprojekt schon in seiner Planungsphase, lange vor der Realisierung. In jedem Fall gilt, die bildlichen Darstellungen waren kein Spiegel der Realität und nicht alles, was abgebildet wurde, konnte für bare Münze genommen werden. Augustus selbst ließ auf dem Forum Romanum nur drei Bauten errichten. Den Tempel des Julius Divus, des vergöttlichten Cäsar, die Curia Julia, das Sitzungsgebäude des Senats und die Rostra, die Rednerbühne für das Volk. Alle diese Bauten dienten nicht seiner eigenen Verherrlichung, sondern demonstrierten Respekt und Verehrung für seinen Adoptivvater und die wichtigsten Mächte des Staates, den Senat und das Volk. Der Senat und das römische Volk wiederum ließen den Schriftquellen zufolge zu Ehren des Augustus aus verschiedenen Anlässen insgesamt drei Ehrenbögen errichten. Der bedeutendste entstand nach 20 vor Christus, nach der Rückgewinnung der Feldzeichen, also militärischer Abzeichen einer Kriegspartei, von den Partern. Rund 30 Jahre zuvor hatte der Feldherr Marcus Licinius Crassus diese in der Schlacht bei Carrä in Mesopotamien verloren. Bereits Cäsar hatte eine Schlacht zu ihrer Rückgewinnung vorbereitet. Die Wiedererlangung der Feldzeichen war von ausgesprochen großer symbolischer Bedeutung für das Reich. Der sogenannte Paterbogen hatte seinen Standort nahe dem Tempel des Divus Julius auf dem Forum Romanum. In der Ausstellung sehen Sie eine neue Rekonstruktion. Diese wurde unter Einbeziehung sämtlicher Quellen und besonders der archäologischen Fundstücke gefertigt. Über 60 Fragmente können dem Paterbogen heute zugeordnet werden. In der Ausstellung sehen Sie neben diesem Kapitell, das der korinthischen Ordnung angehört, ein weiteres der dorischen Ordnung. Die Säulenordnungen sind ein wichtiges Gliederungssystem der antiken Architektur und besitzen auch unterschiedliche Wertigkeit. Sehen Sie dazu eine Übersicht als Vergleichsabbildung. Während früher ein Nebeneinander der beiden Ordnungen ausgeschlossen wurde, werden in die neueste Rekonstruktion beide einbezogen. Es handelt sich demnach um einen dreitorigen Bogen mit einem zentralen gewölbten Torbogen. Dieser ist etwas höher als die beiden seitlichen Durchgänge, die jeweils von kleinen Giebeln bekrönt sind, eine damals völlig neuartige architektonische Konstruktion. Das dorische Kapitell stammt von einer der Säulen an den seitlichen Durchgängen, das korinthische Kapitell vom zentralen Bogen. Die Rekonstruktion weist große Übereinstimmung mit der Darstellung auf einer Münze auf, die in Rom 16 v. Chr. geprägt wurde. Sie finden sie unter der Nummer 108 in dieser Ausstellung, sowie hier als Vergleichsabbildung. Die Kultstatue des Mars Ultor, die im Tempel auf dem Augustusforum aufgestellt war, ist nur in Kopien überliefert, die vom Urbild in einigen Details abweichen. Auch die hier gezeigte überlebensgroße Figur aus dem Archäologischen Nationalmuseum in Neapel stellt eine Variante dieser Kultstatue dar. Sie stammt aus der sogenannten Aula Silana, der Basilika des Forums von Kumé, und wurde in der Zeit von Kaiser Domitian Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. geschaffen. Mars wird als würdige Vatergestalt mit üppigem Bart präsentiert. Diese Art der Darstellung, wie sie erstmals beim Augustusforum vorkam, stellte eine Innovation dar. Zuvor wurde Mars üblicherweise als jugendlicher Kriegsheld in Szene gesetzt. Die ausgestellte Figur hingegen trägt eine Tunika und einen reich verzierten Panzer. Am unteren Rand besitzt dieser drei Reihen von Textil- oder Lederstreifen, die mit Lotusblüten, satte Köpfen, Tierhäuten und Türsäu dekoriert sind. Der rechte Arm des Mars Ultor muss erhoben gewesen sein und hielt wohl Lanze und Schild, während der linke Arm ausgestreckt am Körper herabhing. Der Helm war einst mit Zwingen und Flügelpferden verziert und dem der Athener Parthenos aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. nachgebildet. Diese zwölf Meter hohe griechische Statue der Göttin Athena stammte von Phidias, einem der wichtigsten antiken Bildhauer. Der Mars Ultor knüpfte so an Vorbilder der griechischen Klassik an. Die Bartloggen dagegen sind mit dem Bohrer gearbeitet, eine Technik, die auf die Entstehungszeit der Skulptur in flavischer Zeit verweist. Das Haus der Flavia stellte in der Zeit von 69 bis 96 n. Chr. den römischen Kaiser, zuletzt Domitian. Diese Herme, ein Kopf auf einem Pfeilerschaft, besteht aus schwarzem Marmor und stammt aus dem Heiligtum des Apollo auf dem Palatin. Der Palatin ist einer der sieben Hügel Roms und wurde als erster bewohnt. Er gilt als Ausgangspunkt für die Gründung Roms und dient seit jeher als Quell vielfältiger Legenden und Sagen. Oktavian hatte hier seit 42 v. Chr. seinen Wohnsitz. Apollo war sein persönlicher Schutzgott und so ließ Oktavian dem Gott des Lichts und der Künste dort einen Tempel errichten. Im Mittelpunkt der Ausstattung standen klassische und archaische, also der griechischen Antike entstammende Originale. Aber auch Nachahmungen, archaisstische und klassizistische Werke aus römischer Zeit, sollten dem Ort eine Atmosphäre von Alter und Erhabenheit verleihen. Die Hermen von Danaiden aus dem Apollo-Tempel, wozu dieses hier gezeigte Bildnis gehört, sind keine griechischen Originale. Sie wurden in augustäischer Zeit geschaffen, entsprechen in ihrem Stil aber dem des Übergangs zwischen griechisch-archaischer und klassischer Kunst. Der Überlieferung der Dichter Ovid und Properz zufolge waren es ursprünglich 50 Danaiden, die die Portikus, einen Säulengang des Apollo-Tempels, auf dem Palatin schmückten. Wie die Beispiele in der Ausstellung zeigen, wurden für die Hermen unterschiedliche Marmorarten verwendet. In diesem Fall handelt es sich um schwarzen Marmor, Nero Antico. Das Farbspiel der 50 Danaiden, im Kontrast zu dem weißen und gelben Marmor der Architektur, muss sehr beeindruckend gewesen sein. Dem Mythos nach hatten die Danaiden, die 50 Töchter von Danaos, dem Bruder des Königs von Ägypten, ihre Ehemänner an ihrem Hochzeitstag getötet und waren aus diesem Grund dazu verdammt, für immer Wasser in durchlöcherten Behältern zu transportieren. Ursprünglich trugen die Figuren dementsprechend Krüge auf dem Kopf. Campana-Reliefs sind Terracotta-Platten, die als Dachverkleidungen, aber auch zur Dekoration von Innenräumen verwendet wurden. Ihren Namen haben sie von bemalten Terracotta-Platten aus Etrurien des 6. Jahrhunderts vor Christus, die in den 1840er Jahren von Giampietro Campana, einem italienischen Unternehmer und Kunstsammler, entdeckt wurden. Auch die Campana-Reliefs späterer Zeit waren farbig bemalt, was bei diesen beiden Beispielen noch deutlich erkennbar ist. Sie wurden 1968 bei Ausgrabungen im Bereich des Apollo-Tempels auf dem Palatin entdeckt. Das besterhaltene der gefundenen Reliefs zeigt den Gott Apollo und dessen Heilbruder Herkules im Kampf um den delfischen Dreifuß. Der Dreifuß ist mit Viktorien und Ranken geschmückt. Apollo und Herkules haben beide den Dreifuß ergriffen, um ihren Besitzanspruch zu verdeutlichen. Apollo hält einen Bogen und zwei Pfeile in seiner linken Hand. Herkules schwingt die Keule. Apollo trägt auf seinem Rücken zwei Köcher. Sein Mantel ist vom Wind gebläht. Herkules' Rücken bedeckt das Löwenfell. Der Löwenkopf schmiegt sich an den Kopf des Helden, als wäre er ein Helm. An der Basis des Dreifußes zwischen den Füßen ist der Omphalos dargestellt. Ein Kultstein im Apollo-Tempel zu Delphi, der den Mittelpunkt, den Nabel der Welt markierte. Lange wurden die Platten mit den Säulengängen des Apollo-Tempels auf dem Palatin in Verbindung gebracht und in die Zeit nach der Schlacht von Aktium datiert. Dies hatte zur Folge, dass die Bilder dezidiert politisch gedeutet wurden. Der mythische Kampf um den delphischen Dreifuß wurde als Sinnbild für den Machtkampf zwischen Augustus und Markus Antonius in der Späten Republik angesehen. Apollo wurde gleichgesetzt mit dem siegreichen Octavian, also Augustus, Herkules mit dem unterlegenen Markus Antonius. Mittlerweile wird jedoch eine frühere Datierung diskutiert, als an der Stelle des Apollo-Tempels noch ein Wohnhaus stand. Die politische Deutung wäre damit hinfällig. Das zweite Relief zeigt zwei Frauen, die einen Baitylus, einen Kultstein, schmücken. Dieser hat die Form eines spitz zulaufenden Kegels und steht auf einem Sockel. Das linke Mädchen ist von archaischen Vorbildern inspiriert. Das andere zeigt klassische Züge. Diese Vermischung von Stilen, ein Eklektizismus, galt bisher als typisch für die augustäische Zeit. Auch das würde durch eine neue Datierung in frühere Zeit infrage gestellt werden. In Rom verehrte das einfache Volk seit jeher die Laren, Schutzgötter, die verschiedene Zuständigkeitsbereiche hatten. Ein zentraler Ort ihrer Verehrung waren Wegkreuzungen, lateinisch Compita. Augustus erneuerte im Jahr 7 v. Chr. diesen Compitalkult und integrierte den Kaiserkult in ihn. Ein geschickter Schachzug erreichte er auf diese Weise doch die gesamte Bevölkerung des Römischen Reiches. Sogar freigelassene, also ehemalige Sklaven, konnte er mit einbeziehen und somit auch die unteren Schichten motivieren, seiner Sache zu dienen. In Verbindung mit der Erneuerung des Compitalkults nahm Augustus eine Neuordnung der römischen Stadtteile vor, in 14 Regionen und 265 Viki, Bezirke. Jede der 14 Regionen wurde von einem Beamten, Volkstribun, Edil oder Prätor kontrolliert. Die Viki dagegen unterstanden je vier vom Bezirk gewählten Viko Magistri. Diese förderten einen regelrechten Kult des jeweiligen Viertels. Der hier ausgestellte Larenaltar trägt die Inschrift die Viko Magistri des 9. Jahres. Er wurde im 9. Jahr des Kultes, 2 oder 3 nach Christus, von den Viko Magistri des Bezirks Eskleti gestiftet. Die Vorderseite mit Inschrift zeigt das Kollegium der vier Viko Magistri bei der gemeinsamen Ausübung des Kultopfers, begleitet von einem Flötenspieler. Nach römischem Opferritus haben sie ihre Togen über den Kopf gezogen. Die Toga zu tragen war ausschließlich römischen Bürgern vorbehalten, für die oft aus dem Stand der Freigelassenen stammenden Viko Magistri stellte dies eine Ehre dar. Von links führen zwei Kultdiener den Stier für den Genius Augusti und das Schwein für die Laren heran. Die Gruppe mit den Opfertieren ist unterproportional klein in die Ecke gesetzt, die Priester sind ins Zentrum gerückt. Auf den beiden Seiten des Altars sind die Laren auf Sockeln stehend als Statuetten gezeigt. Als Attribut halten sie einen großen Lorbeerzweig, ein Hinweis auf die beiden Lorbeerbäume, die als Ehrenzeichen vor dem Haus des Augustus aufgestellt wurden. Die Rückseite zeigt die Corona Civica, die Bürgerkrone, die Augustus im Januar 27 v. Chr. verliehen wurde, nachdem er demonstrativ alle außerordentlichen Vollmachten an den Senat zurückgegeben hatte. In der Folge wurde er Kaiser und die Bürgerkrone zu einem Insigne der kaiserlichen Würde. Unter Augustus entwickelte sich eine neue Bildsprache, die den Kaiser, seine Qualitäten und seine Leistungen in den Mittelpunkt der öffentlichen Kommunikation stellte. Punktuell war sie so erfolgreich, dass sie auch die private Bilderwelt inspirierte. Im privaten, also häuslichen Bereich, spielten die politischen Strategien, die den meisten Motiven zugrunde lagen, kaum eine Rolle. Die neue Lust am Bild hatte sich nach einer langen Phase der Bilderlosigkeit bereits im frühen 1. Jahrhundert v. Chr., also in voraugustäischer Zeit, entwickelt. Jetzt wurden nicht nur Fußböden und Wände mit bildlichen Darstellungen verziert und Skulpturen im Haus aufgestellt, auch Alltagsgegenstände wie Putheale, die Einfassungen von Brunnen, wurden mit Bildern verziert. Den Ausgangspunkt des Bilderbooms in privaten Wohnhäusern bildeten prunkvolle Bodenmosaike. Hier entwickelte sich bald ein deutliches Interesse an mythologischen Themen. Das Sujet Theseus kämpft mit dem Minotaurus ist gleich in mehreren Beispielen überliefert. Der Minotaurus ist in der griechischen Mythologie ein Mischwesen mit einem Stierkopf und einem menschlichen Körper. König Minos von Kreta, dessen Frau den Minotaurus mit einem Stier gezeugt hatte, ließ das Mischwesen in ein Labyrinth sperren. Als Minos' Sohn Androgeus durch Zutun des Königs Aegeus von Athen ums Leben kam, brach Minos zu einem Rachefeldzug auf. Er besiegte die Athener und bürdete ihnen einen grausamen Tribut auf. Alle neun Jahre mussten sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen nach Kreta geschickt werden, wo sie dem Minotaurus geopfert wurden. Als zum dritten Mal der Tribut gefordert wurde, meldete sich der athenische Königssohn Theseus freiwillig und ging mit auf die Reise. Auf Kreta verliebte sich Theseus in Ariadne, die Tochter des Königs Minos. Damit er aus dem Labyrinth herausfand, gab sie ihm ein Wollknäuel mit, den Ariadne-Faden. Theseus tötete den Minotaurus und fand mithilfe des Fadens aus dem Labyrinth. Das Bodenmosaik aus der italienischen Hafenstadt Formia, zwischen Rom und Neapel, zeigt den nackten und muskulösen Theseus, wie er den Minotaurus durch reine Körperkraft niederringt. Im Vordergrund finden sich Knochen und ein Schädel vergangener Opfer. Im Hintergrund ist eine Gruppe junger Männer und Frauen, darunter ein Kind, zu sehen. Ängstlich klammern sie sich aneinander. Links der Ausgang des Labyrinths. In den ersten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts vor Christus kam es im Römischen Reich zu einschneidenden Veränderungen in der Wanddekoration der Häuser. Nach mehreren Jahrhunderten wandte man sich von einer geschlossenen Architekturdekoration aus Stuck ab. An ihre Stelle trat eine gemalte Architektur. Prunkvolle Innenräume wurden mit Architekturdarstellungen ausgekleidet, die scheinbare Durchblicke auf die Landschaft zuließen. Diese illusionistische Malerei, später wurde sie Trompeleuil genannt, geriet im Mittelalter in Vergessenheit. Erst in der Renaissance lebte sie wieder auf. Diese neue Art der Wandgestaltung im ersten Jahrhundert vor Christus wurde zweiter Stil oder auch Architekturstil genannt. Das hier ausgestellte Fresko wurde von einer Wand eines pompeianischen Wohnhauses abgelöst. Es zeigt Versatzstücke einer Architektur, die durch ein großes Portal den Durchblick auf eine Landschaft eröffnet. Dort ist ein Heiligtum zu sehen, bestehend aus einem großen Tempel und einem Rundbau mit goldenen Türen. Darin steht auf einem hohen Podest eine Venusstatue. Zwei Frauen bringen ihr Blumen und Früchte als Opfergaben dar. Die Durchblicke links und rechts neben dem Portal sind durch zinnoberrote Scherwände geschlossen, an die enttäuschend echter Darstellung zwei große Fische und zwei Rebhühner gehängt sind. Auf den Scherwänden sind die Masken eines jungen und eines alten Fauns zu sehen. Die bildlichen Darstellungen an den Wänden von Privathäusern nahmen zu und die Dekoration der Fußböden ging zurück. Einen Boom erlebten ab der Wände vom 2. zum 1. Jahrhundert vor Christus und dann noch einmal verstärkt in augustäischer Zeit kleinformatige Mamoskulpturen. Es waren insbesondere die Atrien, die zentralen Räume oder auch Höfe und die Peristyle, die gepflasterten Innenhöfe der Häuser, die zu Schauräumen für Skulpturen wurden. Neben Porträthermen des Hausherrn waren es vor allem Motive rund um die Gottheiten Bacchus und Venus, die man dort präsentierte. In der Regel heitere Themen, manchmal mit deutlich erotischem Gehalt, wie die Skulptur des Sartyrs und der Nymphe, die sie in der Ausstellung als Nummer 209 sehen. Ein prominentes Beispiel für einen aufreizenden Unterton ist die Venus im Bikini. Dargestellt ist die Liebesgöttin, wie sie ihre Sandale öffnet, um ins Wasser zu steigen. Der kleine Amor sitzt auf dem Boden und hilft der Göttin der Liebe, wobei er zugleich als Stütze fungiert. Außer einem goldverzierten Bikini trägt Venus eine Halskette, Armbänder und auf dem Leib überkreuzt eine weitere lange Gliederkette mit einem gemalten Edelstein. Venus stützt sich bei ihrem Balanceakt mit dem linken Arm auf eine kleine männliche Gestalt, die ihr das erigierte Glied zuwendet, die Verkörperung der Liebeslust. Es handelt sich dabei um Priapus, einen Gott der Fruchtbarkeit. Meist wird er bärtig mit einem übergroßen erigierten Penis dargestellt. Die erotisierende Wirkung, die das Bild der Göttin bei den Bewohnern des Hauses und deren Gästen auslösen sollte, war dadurch in das Bild selbst integriert. Häufig waren Venusfiguren wie diese am Impluvium, einem Wasserbecken im Hof des Hauses, aufgestellt. Der erotisch aufgeladene Körper verband sich an diesem Ort mit einem Wasserspiel. Auf diese Weise wurden die Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Hausgäste auf vielen verschiedenen Ebenen angesprochen. Das Atrium des Hauses wurde so zu einem Ort, an dem die Bildwahrnehmung fast beiläufig aktiviert wurde. Die Figur der schreitenden Diana ist in einem archaisierenden Stil gehalten. Die Archaik war eine Stilepoche der griechischen Antike von etwa 700 bis 500 vor Christus. Typisch sind etwa eine starre, frontal ausgerichtete Körperhaltung, die mandelförmigen Augen und das sogenannte archaische Lächeln. Die archaische Formensprache wurde nach dem 5. Jahrhundert vor Christus für bestimmte Figuren weiterverwendet, insbesondere in sakralen Zusammenhängen. Die ausgestellte Statue der Jagdgöttin stammt aus einem Privathaus in Pompeji und wurde am Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus geschaffen. Ihre Schreitstellung ist weitaus natürlicher als bei archaischen Originalen. Durch die vom Boden abgehobene und eingedrehte Ferse des hinteren Beins sowie durch das leicht gebeugte vordere Bein. Ursprünglich war die Statue der Diana wohl mit einem Köcher, Pfeil und Bogen ausgestattet. Sie war außerdem farbig gefasst. Es finden sich Reste von Rottönen in der Augenpartie und auf den Lippen. Dunkelblond am Haar, purpur und goldgelb am Saum der Gewänder. Rot auf den Sandalen und am Riemen des Köchers. Abwechslend goldgelb und rot auf den Rosetten des Sandalen.